Sie sind hier, 23. September 2018, 12.20 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten München. Die Siegesserie von Thomas Preining findet auch im letzten Rennen der Saison kein Ende. Das Rennen wird nach einem Horror-Crash für mehrere Minuten unterbrochen. Thomas Preining hat auch das zweite Rennen am Hockenheimring dominiert. Der Österreicher feierte seinen fünften Sieg in Folge und verwies Teamkollegen Michael Arnmar-Müller erneut auf Rang 2. Preining, der durch seinen Triumph im ersten Rennen am Samstag die Meisterschaft vorzeitig für sich entscheiden konnte, fuhr den Sieg von der Pole Position ungefährdet nach Hause. Dritter wurde der Niederländer Larry Tenforde, D-A-T-E-N-C-E-N-T-E-R, die Fahrerwertung des Porsche Carrera Cup Champion Preining, hatte nicht mit Titel gerechnet. Rennunterbrechung nach Horror Cars überschattet wurde das Rennen durch eine schwere Kollision zwischen dem US-Amerikaner Jakob Eizen und dem Schweden Henrich Skog in der sechsten Runde. Das Rennen wurde für mehrere Minuten unterbrochen und schließlich hinter dem Safety Car wieder fortgesetzt. Die Rookie-Wertung konnte Dylan Pereira für sich entscheiden. Der Luxemburger kam auf Rang 4 ins Ziel und setzte sich damit gegen seinen Konkurrenten Igor Waliko aus Polen durch, der nur siebter wurde. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Wir sehen uns beim nächsten Mal.